Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Mensch, ist du schön, dass du da bist. Ich begrüße dich herzlich zu unserem komplett unalbernen, humorlosen Podcast zu dem Film Transformers Rise of the Beast oder auf Deutsch auf Geek der Bechkirchen. Herzlich willkommen, hallo ist du. Hallo, Chimo. Schön, ich weiß nicht. Okay, nein. Witz beiseite, das hier ist ein ernster Podcast und das ist ein ernster Film eines ernsten Franchises. Ein Franchise, was, seien wir ehrlich, die heutige Blockbuster-Kultur ähnlich mitgeprägt hat, wie zum Beispiel auch das MCU. Und deswegen haben wir beide, das ist einmal der liebe Timo, den habt ihr schon gehört, und das bin einmal der liebes Du, das bin ich, jetzt hier über den neuesten Ableger reden und das ist der siebte Teil, ne? Ja, genau. Ich habe gelernt, dass man nicht der siebte Teil, also nicht Transformers 7 sagen soll, sondern einfach Transformers, Doppelpunkt, Aufstieg der Bestien, Klammer auf, OT, Transformers, Rise of the Beasts. Das ist richtig. Sehr schön. Ich hatte ein Learning, wie man heutzutage sagt. Man lernt ja nicht mehr heute, sondern man hat ein Learning. Das, äh, ja. Ich bin in der Pädagogik nicht so beheimatet wie du, aber... Man burritet, man burritot ja auch nicht, sondern man hatte ein Burrito, also das macht schon durchaus Sinn. So, ähm, Transformers Teil X, könnte man auch sagen. Oder Teil 6, wenn man Bumblebee nicht dazu zählt, aber ich will ehrlich sagen, dieses ganze Franchise ist mir relativ Wurst. Damit habe ich schon mal klar gemacht, wie ich zu den Transformers stehe. Also ich bin kein großer Fan der Filme. Ich mochte Bumblebee sehr gerne, das sollte hier gesagt sein. Wie ist es bei dir, Timo? Wenn wir heute übrigens ein bisschen rushed klingen, das liegt daran, wollen wir aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, komm, was soll's. Ja, komm. Also, Behind-the-Scenes-Look beim Tele-Stammtisch. Wir haben den Film schon mal besprochen. Und deswegen war unser Enthusiasmus, ihn nochmal zu besprechen, heute auch eher begrenzt. Aber wir machen das für euch. Also wir machen das heute wirklich nicht für uns, sondern wir machen das für euch. Ihr habt Anrecht auf diesen Content. Ja, genau. Und nicht nur das, wir haben auch, um mal jetzt komplett Behind-the-Scenes zu gehen, wir hatten sogar zwei richtig geile Podcasts gemacht. Einmal eine Besprechung zu Rise of the Beast, über eine Stunde, Premium-Qualität, richtig geil. Und dann noch einen retrospektiven Podcast zur gesamten Transformers-Reihe, der seltsamerweise kürzer war als die Besprechung zur Aufstieg der Bestien, aber das war trotzdem gut. Wir hatten auch da ein Learning, besser als Michael Bay sein. Ja, genau. Leider gab es aber technische Schwierigkeiten. Und deswegen müssen wir jetzt mit diesem Cast wieder neu aufzeichnen. Und die Retrospektive, ich weiß nicht, Timo, das überlasse ich jetzt deinem Gusto. Ja, da machen wir auf jeden Fall noch was Schönes. Weil ich finde, diese Reihe hat ein Anrecht auf einen anständigen, ich hau jetzt auf den Tisch, auf einen anständigen Podcast. So war ich Donald Trump. So, so nämlich, genau. Hey, Timo Asmussen heiße, darauf habt ihr ein Anrecht, liebe Fans. So, wird damit gesagt, du hast ja schon festgehalten, du magst Michael Bay ja auch so mhm, aber die Transformers-Reihe ist nicht so deins. Ich mochte immer die ungeraden Teile. Eins, drei und fünf. Zwei und vier finde ich richtig schlecht. Drei finde ich bis zum letzten, bis zu den letzten 75 Minuten finde ich den auch nicht so gut, aber der Showdown ist halt schon, da geht's schon ab. Und fünf ist halt freidrehend, deswegen finde ich schon geil. Das ist jetzt auch Schrödingers Katze. Wenn wir diesen Recap machen, werde ich natürlich nochmal ausführlicher darauf antworten, aber wir wollen euch ja nicht zu lange auf die Folter spannen, denn ihr wollt jetzt die ungefilterte, die Spoiler-frei- und dann vielleicht Spoiler-lastige Meinung, wir gucken mal, wo uns das hintreibt, zu Transformers-Rise of the Beasts, du, wir fangen mal so mit an. Regiewechsel auf dem Regiestruf, du wolltest was sagen, erzähl. Ich wollte was sagen, ja, weil, also es tut mir leid, aber kennst du das so, wenn du was hörst und denkst, oh, das kannst du nutzen für eine Überleitung, aber dein Nebenmann redet immer weiter und irgendwann siehst du deine Überleitung wegschwimmen, aber du willst sie nicht loslassen. Wegen Schrödingers Katze sei gesagt, nicht Schrödinger, sondern Schröckert, denn wer den Timo sehen will, wie er zu bestimmten Thomas was zu sagen hat, der sollte bei der letzten Ausgabe Kino Plus reinschauen, wo er mit Daniel Schröckert und Antje Wessels über eben jeden Film redet. Ja. Und da ich mich nicht genug auslassen konnte, ich kam einfach nicht zu Wort, klar, Spaß, aber auf jeden Fall habe ich noch so viel Redebedarf, dass ich den jetzt mit Stu stillen muss und zwar zum zweiten Mal stillen muss. Das nützt einfach nix. Soll ich mal die offizielle deutsche Synopsis vorlesen? Mach mal. Ja, pass auf, die ist auch ganz kurz. Also, ich versuche jetzt gerade so ein Trailer-Voice zu produzieren. Epic-Trailer-Voice-Guy. Transformers, Aufstieg der Bestien, nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er Jahre. Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet. Ja, das hast du richtig gut gemacht. Ich habe richtig Gänsehaut hier. Danke, danke. Richtig Gänsehaut. Autobots, Assemble. Ähm, wo wollte ich hin? Ich wollte was fragen. Genau. Du hast mir, das ist schön, dass in dieser offiziellen Synopsis die 90er schon so präsent sind, denn, machen wir uns nichts vor, also der Film spielt im Jahr 1994 in den USA und an dich die Frage, wie ging es dir damit, mit dieser Nostalgie-Keule, die ja da mal eben schnell reingeschwungen würde? So ein bisschen wie bei Bumblebee, der ja in den 80ern spielt und da war es ja auch so, guck mal hier Atari, guck mal hier Aha, take on me, guck mal hier 80er, war das nicht nice. Kann man nervig finden. Ich finde es meistens auch nervig, aber bei Bumblebee hat es mich nicht so gestört und ich fand jetzt, hier war es jetzt auch nicht so wild. Also klar, da laufen die halt mal mit dem Gameboy rum, ähm, aber ansonsten fand ich es tatsächlich nicht so störend. Also ich hatte das Gefühl, dass sie es nicht so sehr einem immer wieder vorkauen, guck mal die 90er, also natürlich gibt es da diverse, äh, Anspielungen, es gibt auch eine sehr schöne Anspielung, wie ich finde, auf Marky Mark, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie jetzt wirklich jede drei Minuten mir zeigen, guck mal 90er Jahre. Wie war es bei dir? Kein Tamagotchi zu sehen. Ich fand die 90s-Zeitgeist-Suppe schon relativ großzügig ausgekippt, so mit der wenig subtilen Kelle ausgeschüttet, aber es war okay. Es ist ja dann auch irgendwie lustig, wenn du dann so Charaktere hast, die ein Lied singen, was 1994 noch gar nicht als Single erschienen ist. Also ich meine die Hauptfigur weiblicher Natur, Elena, die eine Archäologin spielt oder Archäolipraktikantin, das ist mir nicht so ganz klar geworden in der OV, die summt ja dann immer, wenn sie ein bisschen unruhig wird, Waterfalls von TLC und das ist, glaube ich, ich habe das nochmal nachgeguckt, das ist, glaube ich, erst 95 als Single erschienen. Ist aber gekauft und egal. Also wenn wir nitpicky sein wollen bei dem Film, da gibt es diverse andere Dinge, die man nitpicky auseinanderpflücken kann. Ich mochte sogar teilweise, dass sie so, dass Wu-Tang, ich weiß nicht, wie es dir ging, in den frühen 90ern war Wu-Tang, der Wu-Tang-Clan schon so eine große Nummer in Deutschland? Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop, also 1994 habe ich noch Cotton Eye Joe gehört, da war bei mir Hip-Hop ganz weit weg, also ich bin eh kein Hip-Hopper, von daher. Okay, ja, ich muss sagen, ich hatte das damals noch nicht so wahrgenommen, bei mir sind die Wu-Tangs eher so End-90er irgendwie groß geworden. Naja, egal. Du hattest das schön zusammengefasst, die Synopsis, sehr kryptisch, das heißt auch, wie immer kennt ihr das bei großen Filmen, das schicke ich nach sieben Minuten nochmal vorab rein. Wir machen es jetzt erstmal, es ist jetzt ein Transformers-Film, also jetzt erwartet irgendwie nicht Shakespeare, aber wir halten uns erstmal so ein bisschen an den üblichen Film-Aspekten. Krawai, Krawai, mich stolz, ich transformiere mich nun. Ich bin des Königs. Ach, sehr schön. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage, Bambübi. Ähm, um den Gesang zu Ende zu führen, wir halten es jetzt erstmal so spoilerfrei wie möglich, also Heckspoilerfrei bei Transformers schwierig, aber Spoilerfrei. Und wenn wir, und merken so, wir haben noch so zwei, drei Aspekte, die ihr unbedingt noch wissen und ausgekaut und durchgekotzt, ne, durchexerziert, durchdiskutiert von uns haben müsst, dann machen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil nach unseren Fazits. Ähm, neuer Regisseur auf dem Stuhl, nicht mehr Michael Bay, sondern wie schon bei Bumblebee, da war es ja der gute, glaube ich, Steven, äh, wieder ein Steven, oder ein Steve. Nee, Travis. Travis Knight, Entschuldigung, nicht Steven Knight, sondern Travis Knight. Jetzt ist es Steven Keppel, Junior, ganz wichtig, äh, hat den Regiestuhl von Michael Bay Senior übernommen und, äh, der hat, glaube ich, vorher Creed II gemacht, ne? Wie geht's dir mit diesem Regiewechsel? Den merkt man ja schon irgendwie, oder nicht? Äh, also, der hat ja ja, äh, vor Creed II einen Drama gedreht, das habe ich nicht gesehen, ähm, das soll aber ganz gut sein, ähm, und, äh, mir wurde gesagt, dass dieses Drama, das heißt The Land, wohl auch wirklich eine eigene künstlerische Handschrift hat. So, kann ich aber nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Okay. Ich finde aber, äh, der Typ kann sehr gut andere Handschriften imitieren, denn sein Creed II sieht halt aus wie Creed I und sein Transformers, aufsteht Bestien, sieht halt auch so ein bisschen aus wie die bekannten Transformers-Filme, nur halt eben nicht ganz so wild und exzessiv. Also, man merkt schon, dass nicht bei, äh, nicht bei, man merkt schon, dass Bay nicht auf dem Regiestuhl saß, sondern nur produziert hat, aber ich finde nicht, dass der Regiewechsel sich so sehr, ähm, bemerkbar macht wie eben noch bei Bumblebee. Das ist lustig. Äh, das ist tatsächlich nach fünf Teilen, wo man sich ja so in den Michael-Bay-Stil reingeschaut hat, ähm, das kann ja schon mal nerven, auch die, natürlich muss meteorologisch mal geklärt werden, ob diese perfekten Sonnenuntergänge in der Vielzahl in Amerika auf auftreten. Das, glaube ich, fact-checkt mich da später gerne. Aber man hat ja irgendwann natürlich auch so einen gewissen Wiedererkennungswert. Und der fehlt mir jetzt tatsächlich bei Transformers Rise of the Beast ein bisschen. Das sieht schon, wie ich finde, sehr, sehr austauschbar und belanglos aus vom visuellen Stil her. Was damit nicht gemeint ist, sind die CGI-generierten Transformers. Die haben mir wiederum ganz gut gefallen. Wie ging's dir mit denen? Ähm, also so gerne ich auf das Franchise drauf prügele, aber tricktechnisch waren die Filme immer super. Und du hast bei Aufstehen der Beste vielleicht ein, zwei kleinere Shots, wo du sagst, okay, ja, da kann man vielleicht schon erahnen, das ist gerade ein Greenscreen-Effekt. Ähm, aber ich finde die Effekte ähnlich gelungen wie zuletzt bei Guardians 3, wo wieder gezeigt wird, okay, man kann wirklich noch gute Effekte herstellen. Wobei ich jetzt auch nicht wissen muss, wie sehr die armen Animatoren dafür geschwitzt haben hinter ihren Rechnern. Ja. Geh ich mit, also nur als kleine Ergänzung, ich fand dann das Zusammenspiel manchmal mit realen Personen und den Transformers, oder wenn du merkst, dass irgendwas vor Greenscreen stattgefunden hat und da Transformer mit dabei waren, da war's dann manchmal qualitativ nicht ganz so überzeugend. Aber das ist schon echt okay. Ich hatte bei dem, ich hatte, da wusste ich das Budget noch nicht, aber bei dem Cast dachte ich halt auch anfangs eher so an einen Transformers-Light und das war's von den Effekten her auf jeden Fall nicht. Das hatte schon diverse, ja, Schauwerte kann man nicht sagen, aber es war auf jeden Fall vom CGI her okay. Ähm, gehen wir mal ein bisschen auf die Charaktere ein. Wir haben ja nun wirklich komplett andere Figuren als in den bisherigen Filmen, auch kein bekanntes Gesicht aus Bumblebee, außer Bumblebee, haha, und Optimus Prime und die Transformers, die man da ja schon kannte. Jetzt spielt den Hauptdarsteller männlicherseits ein Anthony Ramos, den kannte ich vorher nur aus Honest Thief. Und ich, Hot Take, der gar nicht so hot ist, ich fand den relativ charakterlos, wenig Ausstrahlung, kriegt irgendwie so eine Standard-Ex-Militär, großer Bruder beim Militär, aber irgendwie nicht so richtig erfolgreich gewesen, weil unzuverlässig, hab ich so verstanden. Wie ging's dir mit diesem Noah, wie er heißt, als Figur? Noah Diaz, ja. Da kann ich dir tatsächlich jetzt nicht beipflichten. Ich fand, dass der Noah für mich als Figur, also im Kontext, da wieder sein Transformers-Film ist, wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich fand den sympathisch, ich fand den zum Teil auch charismatisch. Seine Background-Geschichte ist halt, ja, ist halt Abziehbildchen, ne? Müssen wir uns drüber reden. Aber ich hab mit dem mehr und lieber mitgefiebert, wie halt eben mit jetzt den Militärs aus den ersten fünf Transformers-Teilen oder Mark Warburg oder Shia LaBeouf. Also für mich hat das tatsächlich überraschenderweise funktioniert. Ich kann deine Kritikpunkte verstehen und ich sehe sie auch, aber bei mir hat's funktioniert, weil ich im Gegensatz zu dir ein Herz habe. Ja, Noah hat auch ein großes Herz, weil er das natürlich alles... Noah gerät so ein bisschen auf die schiefe Bahn, wie man hier in Norddeutschland sagt. Der fängt dann nämlich an. Nicht nur in Norddeutschland. Schiefe Born sagt man aber nur in Norddeutschland. Bei euch sagt man schiefe Bahn wahrscheinlich. Der gerät auf die schiefe Bahn, weil er hat natürlich Standard-Hollywood-Drehbuchkniff, weil das ist auch ganz wichtig, wenn da fünf Autoren am Werk sind, muss man auf jeden Fall Sachen machen, die ihm nie einfallen würden. Er hat nämlich einen kranken Bruder, oder der hat irgendwie, ich korrigiere mich, Arthritis irgendwie, weil der... Ich hab's mir bei den Notizen aufgeschrieben, der kleine Bruder hat Aua am Finger und ist da ganz schlimm. Weil der so viel Gameboy gezockt hat. Genau. Achtung, Zeitgeist um die Ohren schmeißen. Der hat ein Gameboy, ist ja klar. Und die Mami ist ja ganz viel unterwegs, weil die hat finanziellen Struggle, wie wir neudeutsch sagen. Die hat, ich würde mal schätzen, mindestens drei Jobs, weil sie hat original zwei Szenen im Film. Einmal in der ersten Szene mit Noah und einmal am Ende. Und den Rest der Zeit ist die wahrscheinlich beim vierten Nebenjob, wo sie noch irgendwie ihren Nachbarin die Nägel macht oder so. Also die ist halt gar nicht auf der Bildfläche und der kleine Bruder ist, er ist halt so ein typischer Hollywood-kleiner Bruder. Er kränkelt, er ist okay, er nervt nicht. Oder korrigiert den Königsmannschaft. Das ist auch die Hauptmotivation für Noah Diaz. Der kommt ja zu den Transformers durch den Zufall. Er möchte ja ein Auto oder soll ein Auto klauen, weil er das Geld halt braucht, weil der Bruder halt im Krankenhaus ist. Und das ist halt so eine Motivation, die ist sehr simpel, aber sie hat für mich funktioniert. Und ich muss auch sagen, sie hätten dem Bruder emotional echt noch ein bisschen mehr ausschlachten können. Das haben sie nicht getan. Das fand ich ganz gut. Weil zu Beginn dachte ich echt so, oh Gott, nein, das geht jetzt so drei Stunden lang so gefühlt, dass jetzt der Bruder krank ist und er tut es für den Bruder. Ich finde, das haben die relativ schnell abgefrühstückt und auch, dass der Bruder relativ schnell auch in Kontakt mit diesen Transformers gerät. Das ist so, es wirkt so abgehakt. Weißt du, kleiner Bruder, Transformers, abgehakt. Und jetzt können wir mal richtig zur Handlung kommen. Ja, das muss man schon sagen. Im Vergleich zu den Bay Transformers sind die alle, oder ist der Film definitiv, viel, viel stringenter erzählt. Da gebe ich dir einen Punkt und auch dem Film. Das macht auch mehr Spaß zu gucken. Es ist zwar ein Film, der dann am Ende wirklich schwierig den Absprung findet und sagt so, jetzt komm mal bitte zum Schluss. Das gelingt ihm nicht so ganz. Aber es ist schon so, da hast du völlig recht. Diese Triebfeder ist dann aber auch, wie ich finde, so nach 30 Minuten ist das dann auch erledigt. Also da ist dann... Ja, ja. Und es gibt ja noch ein Problem, nämlich ist ja, dass der Noah nicht die einzige menschliche Hauptfigur ist. Es gibt noch diese Architektur, die Archäologie-Praktikantin, gespielt von Dominik Fischbeck. Und die ist, also das muss ich wirklich sagen, wirklich lobenswert erwähnen. Und ich werde gleich nicht mehr so häufig loben. Aber was ich wirklich ganz fantastisch fand, ist, dass sie da keine Love Story reingemacht haben. Es sind einfach nur zwei Menschen, die da irgendwie mitkämpfen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Die auch wirklich mal ein bisschen an sich selbst denken und einen gewissen, ich sag mal, gesunden Egoismus auch ein bisschen in den Tag legen. Das hat mir auch gefallen. Und sie werden kein Liebespaar. Das fand ich wirklich fast schon erfrischend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Da haben sie auch auf den diversen Drehbuchentwürfen endlich mal logisch gedacht und gedacht, die haben halt wirklich, ich würde mal sagen, keine drei Szenen, in denen es mal zwischen den beiden einen etwas längeren Dialog, der nicht funktionaler Natur ist. Also nicht, mach das auf oder mach dieses. Sondern wo sie wirklich sich ein bisschen austauschen, wo sie jeweils auch so ein bisschen die Backstory des anderen erfahren. Und das ist dann, wie ich finde, eines der wenigen oder einer der wenigen Parts in diesem Drehbuch, die ich auch dann glaubwürdig und gut finde. Weil sie, wenn sie da mir noch eine Romanz um die Ecke geknallt hätten, hätte ich gesagt, ja, das habt ihr jetzt wo genau angedeutet? Also die haben sich nie einmal irgendwie tiefer in die Augen geschaut. Die haben auch eher immer in die Luft geschaut, wenn sie miteinander gesprochen haben. Das war tatsächlich angenehm. Aber du hast ja schon durchblicken lassen, das Lob wird an dieser Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen deinerseits ab-appen. Eine Sache, eine Sache, und darauf hast du mich gebracht, bei unserer ersten nicht veröffentlichten Besprechung zu dem Film. Ja, erzähl. Aber ich hab drüber nachgedacht und ich dachte, ja, der Aspurs hat recht. Das ist, das gab's so noch nicht. Ja, natürlich hab ich recht. Ja, und zwar, und jetzt haltet euch alle da draußen an den Empfangsgeräten fest, aber Transformers 6, 7, pardon, 7 hat einen Skybeam. Oh ja. Aber nicht irgendeinen Skybeam, sondern nur einen Skybeam, den nur Transformers sehen können. Ist das geil? Dö, dö, dö. Ist das geil? Das ist einfach fantastisch. Ja, jahrelang, ja, jahrelang hab ich gesagt, Skybeams sehen halt einfach geil aus. Aber es ist so inflationär, ja. Und jetzt kommt von Transformers 7 und sagt so, hier ist ein Skybeam. Und wisst ihr was? Die Menschen können nicht sehen. Geil. Richtig geil. Ja, das ist das, was rauskommt, wenn, ich sag's nochmal, 5, meine armen Herren, 5 Drehbuchautorinnen und Autoren an so einem Filmhörgeln. Ganz ehrlich, wir müssten mal so eine Art Quartett basteln mit Drehbuchautoren und dann gewinnst du aber mit Mantamantag 2, da waren's nämlich 11. Mach einmal. Da wollen wir, apropos Autos, da können wir wieder den Gang zurückschalten zu Transformers. Das ist ganz gut. Du hattest vorhin erwähnt, du machst Bumblebee ja sehr gerne. Ich bin so in der Mitte, würde ich sagen. Wie ging's dir denn mit Bumblebee als Figur in diesem Film? Also in Anführungsstrichen Figur, als Transformers-Figur? Also sie erklären relativ schnell, dass der Film nach Bumblebee spielt. Also dass Bumblebee halt immer noch zum Kanon gehört. Das war mir nicht so wichtig, aber jetzt weiß ich's halt. und war dann ein bisschen überrascht, dass Bumblebee, der ja immer so der Fanliebling war oder ist, hier so eher die zweite Geige spielt. Der neue Fanliebling soll ja dieser Mirage sein, im Original gesprochen von Pete Davidson. Und, äh, ja, ich bin dann, bleib dann eher bei Team Bumblebee, weil der hält auch irgendwann mal in die Fresse. Weißt du, Bumblebee und dieser Mirage, den fand ich einfach nur nervig. Das ist so die so, jo, so, ey Kumpel, das ist so, weißt du, das ist so einer von, so, kennst du so Leute, die gucken irgendwie den ersten Beverly Hills Cop und glauben dann, sie wären genauso lustig wie Axel Foli. So, genau, so einer ist mir Arsch. Ja, ich verstehe das total gut. Ich connecte damit total gut. Äh, äh, ich gebe dir in sehr vielen Punkten recht, ich finde das, weil Bumblebee ja wirklich immerhin ja die Spin-Off-Hauptfigur war, ist er auch im Vergleich sogar so zum, zum ersten Teil Transformers. Echt so eine Blechdose ohne Charakter, ohne irgendwie emotionalen Moment. Es soll dann einen Moment geben, der vielleicht im Spoiler-Teil von uns noch ein bisschen beleuchtet wird, aber auch das ist echt ein Rohkreppierer. Und Mirage, ich finde, Hot Take, äh, Mirage und Noah haben eine bessere, oder zumindest so eine Art Connection im Vergleich zu Noah und Elena, weil, jetzt kommt ein das Du-Cat-Trace. Ganz ehrlich, man muss ja echt schon zwei elektronisch blau leuchtende Autobord-Augen zudrücken, denn, ehrlich gesagt, ist so eine richtig vernünftige, äh, ausufernde, oder zumindest eine Figurenzeichnung, wo ich weiß, dass es nicht vom Reißbrett von den, Achtung, nochmal, fünf Autoren fehlt hier komplett. Und Mirage ist irgendwie so ein, so ein Quassler, so ähnlich wie Pete Davidson auch, so ein Mumbler und das ist es dann auch, ne? Ja, also, ich, ich fand ihn jetzt nicht todesnervig, ja, ich wollte, ich hab nicht geschrien, wenn er aufgetaucht ist, aber mir war das alles, es wirkte mir zu forciert. Das war so, von der Minute eins war klar, okay, das soll jetzt der neue Lieblings-Transformers werden und der ist jetzt, der nimmt jetzt die Position von Bumblebee ein und finde ich okay, Bumblebee hatte jetzt in sechs Filmen, äh, immer wieder zu sehen und ich hab auch nie so richtig verstanden, ein Hot-Tag, wie du jetzt sagen würdest, warum der immer so beliebt ist, ähm, aber, knuffig-gelb ist und so, ne? Ja, knuffig-gelb, also, Eiterpustel können auch knuffig-gelb sein, also, das ist, das ist jetzt, ja, da, ja, okay, da, da, ich gebe auf, ich werfe mein weißes Handtuch und da hast du, dieses Argument hast du gewonnen. Juhu, warte ich mal, victory. ne? Ähm, und vor allem, ganz ehrlich, diese Transformers waren halt, für mich niemals richtige Figuren, die erfüllen halt alle einen Zweck, du hast halt Optimus Prime, der ist halt dieser güldene, glorreiche Autobots, genau, genau, Bumblebee ist halt so der Lustige und die anderen Autobots haben auch irgendwelche Funktionen, aber ich kann jetzt nicht davon reden, dass ich jetzt sage, oh, guck mal, eine Charakterentwicklung, ja, Optimus Prime hat in dem Teil jetzt so, boah, Menschen, Menschen, voll scheiße, und aber im allerersten Teil ist halt so drauf, so Menschen sind unsere besten Freunde und dann ist dir schon klar, so, wenn du eins zu eins zusammenziehen kannst, ja, der wird in dem Film irgendwie noch was dazulernen und erkennen, nicht alle Menschen sind scheiße, brauche ich nicht. Ja, Optimus Prime ist eine der Schwächen, finde ich, des Films, weil er wirklich nur noch so ein Kommandos, manchmal auch nur ein Wort grunzen da, manchmal nur so, no, und dann war es das auch schon, das ist wirklich, ich habe mich lange gefragt, ob es wieder Peter Kallen ist und es ist Peter Kallen und der wird halt völlig verschenkt in diesem Film, weil Optimus Prime, für mich war das sogar in den Bay-Filmen, nehmen wir mal die geraden Teile raus, aber gerade im ersten Teil hatte er so eine natürliche Autorität und so eine Aura und die fehlt ihm jetzt hier komplett, weil er auch irgendwie gar nicht genug Screamtime kriegt. Es gipfelt dann in so einem Moment, wo die Elena, da geht es halt irgendwie so nach dem Motto, sagt er nur, hey, was ist denn sein Problem und dann gibt es denen einen Talk und dann sagt Elena, ja, also, das ist einfach so, der Optimus ist einfach so ein Führer und der möchte einfach seine Familie beschützen und das habe ich in seinen Augen gesehen und man sitzt da und denkt, wann hast du das denn gesehen? Ihr habt hardly zehn Minuten irgendwie im Film miteinander verbracht und ihr habt nicht ein einziges Mal einen Moment gehabt, wo ihr euch mal Zeit genommen habt, um euch auszutauschen, um auch einen Dialog zu führen. Das ist dann wieder so, das ist wieder schlecht geschrieben. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Das hat mich aufgeregt. Es sind natürlich einige Sachen, die sind ganz gut geschrieben und ich gehe mal weiter voran. Es ist ja so, dass wir irgendwann New York verlassen und ins Ausland gehen, nämlich ins südamerikanische Peru. Ja, es fehlt bei den Bildern übrigens immer unten drunter, nur so, come to Peru. Ja. Die ist wonderful und dann gesponsert vom peruanischen Tourismusverband. Ja. Tolle Bilder. Kasachstan hat wo? Peru hatte Transformers, warum nicht, ne? Und in Peru gibt es so einen kurzen Moment, wo ich das Gefühl habe, oh okay, jetzt versuchst du so ein bisschen auf Abenteuer zu machen, ja, so Höhlenerforschung, so a la Indiana Jones. Und ich hatte wirklich für gefühlte zweieinhalb, drei Minuten so die Hoffnung, okay, das wird jetzt wirklich so ein bisschen was wie, wir müssen jetzt so Höhle erforschen, weil wir irgendein Artefakt brauchen, um was anderes zu finden, um damit halt irgendwas anderes zu machen. Ist halt Transformers, who cares? Der Allspark heißt hier Transwarp Key, das müsst ihr wissen oder müsst ihr gar nicht, ist ihr vollkommen egal. Jedenfalls, öffnen sie diese Höhle und da fängt es schon an, wo ich mir denke, so ein bisschen mehr Aufwand vielleicht, weil richtig gut versteckt ist die Höhle jetzt auch nicht. Weil wenn es diese Höhle halt, wie sie glaube ich sagen, schon hunderte Jahre gibt, dann kann mir keiner erzählen, dass in diesen gefühlten hunderten Jahren niemand auf die Idee gekommen ist, mal diesen Stein von links nach rechts zu drehen. Was ich ja noch, was ich nicht so wild finde, was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie in diese Höhle reingeht und du glaubst, jetzt kommt es halt zu einem Höhlenabenteuer, aber es ist wirklich so, irgendwo hier könnte der Outerseher. Fertig. Ja und sie versuchen so ein bisschen da die Elena so reinzubringen, die ja dann auch kurz vor im Flugzeug Noah so ihre Backstory auch noch erzählt, also so ein Klassiker, mein Vater war Taxifahrer, der klügste Mann auf dem Planeten, deswegen war auch nie auf dem College. Und sie hat so dieses klassische, ich mach das mal besser und dann diese geile Idee, ich werde Archäologin, weil ich mal was Geiles finden will. Also selbst 1994 war schon relativ viel offengelegt als Archäologin, aber egal. Ja. Und dann hat sie, die einzige Daseinsberechtigung ist, dass sie auf irgendwelchen Internetfotos irgendwas sieht und dann wiedererkennt, sodass sie das finden kann. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht auch Otto Normalverbraucher mit einer guten Google-Bildersuche bekommen hätte. Deswegen dieser, sie sagen ja auch sogar im Film, wir machen jetzt so Indiana Jones Kind of Shit. Das war halt wirklich, boah, Gott. Weißt du, das Ganze würde mich ja nicht irgendwie stören, wenn ich es halt unterhaltsam gefunden hätte. Dann hätte ich das angenommen. Weißt du, dann hätte ich gesagt, ja okay, natürlich ist das total unrealistisch, aber es ist ein Transformers-Film. Aber dadurch, dass das davor und auch danach für mich unglaublich ununterhaltsam war und auch einfach nur teilweise echt sauöde, hat mein Kopf dann irgendwann gesagt, okay, wollen wir mal auf Fehlersuche gehen. Und dann ist es immer ein gutes Zeichen für mich, dass der Film nichts für mich ist, sage ich mal. Wenn ich halt eben mehr auf diese in Anführungszeichen Fehler achte, die für mich eigentlich keine richtigen Fehler sind, aber sei es drum, anstatt jetzt der Handlung zu folgen. Weil die Handlung von Transformers, sie erzählt sehr viel, aber letztlich sehr wenig. Ja, also sie ist so pseudo aufgebläht, aber nicht so schlimm aufgebläht wie in den Bale-Filmen auf zweieinhalb Stunden gestreckt, sondern es sind ja schon so solide zwei Stunden und ein bisschen, aber ich gebe dir da völlig recht, dass es, man geht natürlich nicht in Transformers rein, um jetzt großartig Shakespeare zu haben, ich wiederhole mich, sondern man geht da rein wegen der, wegen der Aktion, wegen der Action. Wie ging es denn dir mit der Action? Ähm, eigentlich müsste ich ihn da loben, weil eigentlich war es seit langer Zeit, nämlich seit Bumblebee, ein Transformers-Film, wo ich der Action auch mal hin und wieder ohne Zeitlopen-Effekten folgen kann, wobei er auch sehr ausgiebig Zeitlopen-Effekte einsetzt. Mhm. Ähm, und es sind natürlich sehr große, epochale CGI-Schlachten, die da stattfinden, nicht so groß wie bei Bale, ähm, das ist aber immer noch sehr groß. Ich fand sie aber irgendwie saulangweilig. Also, ich finde, die waren technisch gut gemacht und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt aussah wie Tekken 3 mit CGI-Robotern, aber ich saß da im Kino und dachte mir, das überzeugt mich gerade so gar nicht und ich greife vorweg, äh, du weißt es ja schon, ähm, ich bin auch eingeschlafen. Ich hab tatsächlich die letzten 10, 15 Minuten des Films komplett verpennt. Ich bin eingepennt und, äh, der Mitarbeiter des Kinos musste mich dann nach dem Abspann wecken. Ja, ist bezeichnend, weil das halt auch so ein auf Sicherheit getrimmter Film ist und dann wundert mich das nicht, dass wenn man irgendwann, so wie du auch angefangen hat, also man, das mag man uns jetzt vorwerfen als diejenigen oder als welche, die häufiger mal Filme auch aus Verwertungszwecken und nicht aus ich möchte mich jetzt fallen lassen und unterhalten gucken, äh, wobei das bei dir sogar keine, kein Besuch einer Presseverführung war, sondern du warst im Kino, weil du den Film halt dir angucken wolltest, aber man ist dann schon mal so, ich hatte das auch bei Jurassic World 3, so diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, so wenn man merkt so, dieser Film kriegt nicht, er versucht wirklich nicht viel, um mich zu kriegen, aber das wenige, was er versucht, das kriegt mich auch gar nicht und dann fängt man an, so ein bisschen zu suchen und so ein bisschen sich damit aufzuhalten, so was findet man noch doof und mir ging es bei der Action ein bisschen wie dir, ich kann mich nämlich an keine, also ich kann mich an eine Action-Szene erinnern und da liegt das eher an der musikalischen Untermalung, der Rest ist für mich, gerade hinsichtlich des Showdowns, der ist, muss man ehrlich aber sagen, nicht so im Build-Up, nicht so hinkonstruiert wie bei Michael Bay, gleichzeitig ist es aber auch völlig egal, was die wollen, also die wollen irgendwas machen, ich kann mich auch nicht mehr erinnern und das ist ganz doofe, das Praktische ist, sie haben ähnlich wie bei Star Wars noch eine genaue Bedingungsanleitung und sie können das einfach auch mit einem Knopfdruck, kann das alles ausgeschaltet werden, also who would have thought, dass man als Mensch das dann auch bedienen kann, super, also haben die Transformers wirklich gut mitgedacht, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich die, also bevor jetzt blöde Stimmen sagen, dann weiß ich ja gar nicht, was am Ende passiert, ich habe mich informiert, dank Internet und Timo, was passiert, da wären wir auch im Spoiler-Pile, ja, im Spoiler-Tar, ich kann auch nicht mehr erinnern, im Spoiler-Part, wo wir mal drauf eingehen, aber weißt du, was auch das Schlimme war, als ich dann geweckt worden bin, war es mir ein bisschen unangenehm, ne, ist klar, weil ich dachte, oh Gott, was denkt ihr jetzt von mir und habe meine sieben Sachen gepackt und mit rausgegangen und normalerweise dachte ich mir, denke ich mir, ich sage immer so, oh verdammt, ich hätte jetzt gerne gewusst, wie ist es ausgegangen, was ist noch passiert, aber es war mir halt wirklich auch vollkommen egal. Der Film macht auch nichts, also er investiert da wirklich nichts, dass du so, dass du Lust darauf hast, zu entdecken, was da noch am Ende passiert, weil du kannst es dir eigentlich irgendwie zusammenreimen, es ist jetzt wirklich, für mich ein Film, bis auf vielleicht, oder Parts oder Teile vom Epilog, wo du vielleicht, auch dann eher krampfhafte Überraschungen erzeugen möchtest, aber ansonsten ist es, es ist auch Transformers Standard, du hast einen MacGuffin, der soll gesucht werden, du hast ein paar Autobots, du hast ein paar böse Transformers, das Neueste ist dann natürlich die sogenannten Maximals, diese, ja, Transformers mit Haaren, würde ich sie mal nennen, wie fandst du die? Ja, aber sei ehrlich, ganz ehrlich, rückblickend, in drei Jahren wirst du nicht sagen, ach ja, weißt du noch damals, als wir Transformers Rise of the Beast besprochen haben, du wirst sagen, weißt du noch, als wir den Transformers Film mit dem Gorilla gemacht haben, es ist einfach so und diese Maximals, also, liebe Transformers-Fan, ich weiß, ihr liebt eure Transformers und ich habe als Kind mit denen ja auch gespielt, ja, ich hatte zwar nie welche, aber bei Freunden, da habe ich dann gerne mal so eigene Geschichten mit denen erlebt, aber, ey, ganz ehrlich, was soll das bitte, es gibt jetzt auch Tier-Transformers und die heißen dann Optimus Primal, ja geil, super, da waren ja immer ganz kreative Leute am Ball und diese ganze Sache, dass jetzt diese Beasts da mit drin sind, seien wir ehrlich, das ist halt einfach nur, damit das Spielzeug verkauft wird, Punkt, also, ich sehe keinen Mehrwert darin und ich weiß auch nicht, was das Geile jetzt sein soll, was kann jetzt Optimus Prime und was nicht auch Optimus Prime kann, außer, dass der vielleicht noch irgendwie so eine Klinge mehr am Arm hat, aber ansonsten sehe ich da wirklich keinen Mehrwert, wie ist das bei dir? Ich fand das am Anfang ulkig und das war auch der erste Lacher, als das mit Optimus Primal kam und die einzige Figur oder die einzige Maximals-Figur, die sich da in den Vordergrund spielen ist die von Michelle Yeo gesprochene, wie heißt die, Arizor oder so, also, es sagt halt auch schon viel, die Namen waren auch so scheiße. Ja, ich kann mir wirklich, ich bin mit Namen bei Figuren manchmal echt gut, also, ich kann mir das eigentlich relativ gut merken, aber in diesem Film, ich muss das auch zu meiner Schande gestehen, also, du bist eingeschlafen, ich hab mich nach einer Stunde 15 gefragt, wie heißt der Typ nochmal? Also, der Noah, ich wusste einfach beide Hauptfigur-Namen nicht mehr und das sagt, weil die auch nie genannt werden, also, ich will mich da nicht rausreden an dem Motto, die müssen mir aber auch 20 Mal den Namen nennen, dann kann ich mir den merken. Nee, es ist einfach, es ist mir wurscht gewesen, wer das war und dementsprechend hab ich dann auch gedacht, wie heißt der nochmal? Random Militär Latino und das ist nicht rassistisch oder böse gemeint. Ich find's, das muss man im Film geben, ich find's gut, dass es halt nicht Shia LaBeouf mit irgendeiner Model-Figurfrau besetzt wurde, sondern es sind wirklich normale Menschen mal auf der Leinwand. Ich war auch wirklich ein bisschen überrascht, als dann eben rauskommt, dass dieser Noah Dears früher über Militär war, weil normalerweise sehen Militärs oder Ex-Militär bei Transformers Filmen anders aus und der sieht halt wirklich aus wie ein normaler Typ. Hat mir auch bei euch gefallen. Auch, dass beide Figuren, die haben beide so ein bisschen was Nerdiges, aber auch nicht zu sehr. Also sie wirken wie Menschen. Das ist schon mal viel wert. Ja, sie haben halt echt wenig Facetten, wenig Tiefe, wenig Fleisch, aber sie sind irgendwie Menschen und ich hab auch, wir sind da auch wirklich nicht, wir bilden das irgendwie sehr lustig ab. Also du hattest mit den Menschen, du fandst es okay, während du andere Sachen eher langweilig oder belanglos fandst. Bei mir ist es fast ein bisschen andersrum. Ich fand, weil die Figuren mich so überhaupt nicht gefesselt haben, war mir dann am Ende die Action auch nicht so wichtig. Die sah dann teilweise okay aus, aber ich wiederhole mich, ich kann mich an keine Szene erinnern. Was ich halt wirklich gut fand und ich finde, das hätten sie für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen weiter ausarbeiten können, ist ja, dass dieser Noah zwar den Transformers hilft, aber das ja auch für sich selbst tut und ja auch ganz klar, kleiner Mini-Spoiler, seiner Kollegin auch sagt, pass auf, wenn die Scheiße bauen, haben wir ein Problem. Pass auf, wir können es auch so machen, dass wir uns gegen beide wenden, also gegen die bösen Roboter und gegen die guten. Und das finde ich ganz interessant. Das ist, das fand ich immer ganz nett, das war ich so gar nicht gewohnt von solchen Blockbustern, weil normalerweise ist ja immer so, ich bin der Held, also bin ich jetzt auch wirklich komplett für die Guten und bin auch, habe keine Grauschattierung in meinem Charakter. Und ich finde, und für Transformers Film ist das ja wirklich wegweisen, muss man ja sagen. Also es ist kein strahlender Held, sondern er muss eher so in diese Heldennummer reingezwängt werden. Machen wir uns aber nichts vor, am Ende ist es ja, ist es ja irgendwie doch und es kommt ja wirklich zu dieser Skurrinszene, ist auch, finde ich, kein Spoiler, weil das ist jetzt nun wirklich handlungstechnisch, deutet es sich ja an. Wir haben ja schon gesagt, Noah soll diesen Bruch am Anfang machen oder diesen Autoklau machen bei irgendeiner Charity-Gala, weil er halt Kohle braucht, um diese Krankenhausversorgung für seinen Bruder zu bezahlen. Und Mirage bietet ihm tatsächlich einfach Cash an. Also es geht dann um Kohle und das muss man sagen, jetzt gebe ich dem Film lustigerweise mehr als beim letzten Mal, als wir aufgezeichnet haben, die Einbettung, warum man jetzt Noah auch bräuchte, die ist sogar okay. Also einen menschlichen, quasi nicht so auffälligen Menschen zu haben, der einem gewisse Botendienste abnimmt oder gewisse Dienste, was Sachen suchen angeht, das war schon okay. Also es war sicherlich jetzt nicht aus der Drehbuch High Society, aber es war okay. Und vor allem dadurch, dass er halt eben eine militärische Vergangenheit hat, kann man auch ein paar Sachen besser erklären oder man nimmt sie besser hin, weil, seien wir ehrlich, Shia LaBeouf hat halt drei Teile lang immer nur nein, 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 und man hat sich auch mal gefragt, ja, warum überhaupt bist du doch dabei? Ich meine, was hast du denn, was glaubst du denn, dass die Transformers jetzt aber jetzt endlich mal keinen Ärger bringen oder was? Ja. Dann ist mir so eine Figur wie Noah, dir ist dann schon lieber. Wäre cool, wenn sie auch, das finde ich, ist eine der nervigsten Sachen der ersten drei Transformers-Teile, dass sie immer wieder auch die Shia LaBeouf, wie heißt der noch, Sam Witwicky, genau, dass sie immer wieder Sam Witwicky nicht einfach machen lassen an dem Stand, wo er beim letzten aufgehört hat, sondern ihnen immer noch was Neues, so eine neue Facette, also im zweiten Teil muss er aufs College, ach, wen interessiert dieser Subplot College? Keinen. Im dritten Teil, ohne Scheiß, er sagt das auch selber, ich hab zweimal die Welt gerettet und hab auch noch keinen Job. Ja, das ist halt Quatsch, also es ist halt wirklich Quatsch, weil im gleichen Film, da ist die Figur von John Turturro, der macht damit sein Geld, dass er das alles erzählt, also der ist quasi bei, damals noch Bill O'Reilly, auch keine gute, gealterte Szene, wenn man sagen muss, Bill O'Reilly, auch für diejenigen, die es nicht wissen, Hashtag MeToo, Fox News, Anchor oder damals einer der größten, oder eines der größten Gesichter bei Fox News gewesen und auch, was den Umgang mit Frauen angeht, eher etwas suboptimal, um das jetzt ein bisschen blumig und nicht in die Tiefe ausschmücken zu wollen. Wo haben wir stehen geblieben? Sam & Ricky, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie, und ich glaube ja, dass sie mit weiteren Teilen planen und planen können, was so das Einspiel angeht, dass sie da nicht diesen gleichen Fehler machen, sondern einfach an dem Status, wo er jetzt ist, weitermachen, den Bruder nicht als nervigen Sidekick installieren, sondern einfach weiterhin so ein bisschen mit seiner Krankheit da, nicht, dass ich dem das jetzt wünsche, dass er weiter krank bleibt, aber das ist ja einfach so ein bisschen im Nebenbei. Schlagzeile, Kino Plus, da Timo Asmussen hasst Kinder und wünscht ihnen die Beste an den Leiden. Ja, das ist aus dem Kontext gerissen, möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, das ist alles aus dem Kontext gerissen. So, was haben wir noch? Ich wollte noch eine Sache wirklich, die mich nicht wütend gemacht hat, aber mich nervt die mittlerweile und daran merkt man vielleicht auch, dass der Film so ein bisschen an dem Publikum heutzutage vorbeigeht. Ich finde nämlich, er macht so ganz furchtbare Marvel-Sachen, indem er beispielsweise so eine von uns schon angedeutete Suchszene im archäologischen Indiana-Jones-Bereich nimmt und dann einfach so eine Elena, ich hätte fest Dominik Fishbeck gesagt, also die Figur Elena, so ein Flaps, also Boomer würden sagen, so lockerflockigen Spruch, den sie Noah reindrückt. Und die kommen so völlig random, dass mir die überhaupt nicht zugesagt haben. Es ist ein Humor, der nicht witzig ist. Und das ist halt so ein Marvel-Ding. Ich nehme so eine wirklich auch gar nicht so ultra spannende, aber ich nehme einen Moment, wo ein bisschen Spannung in der Luft liegen könnte und ich breche das sofort mit einem wirklich dummen Spruch. Das hat mir so, das hat mir nicht nur nicht gefallen, das hat mich wirklich teilweise geärgert. Da habe ich den Kopf geschüttelt und da war ich furious. Wie ging es dir denn? Ich glaube, ich glaube, also ich weiß, was du meinst, es ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, aber ich glaube einfach, weil ich mittlerweile schon so ein bisschen darauf konditioniert worden bin, dass es zu einem Blockbuster dazugehört, Danke nochmal, Kevin Feige. Genau. Und wir haben es beim Transformers noch zu tun, mit einem Franchise, was Gewitze daraus generiert hat, dass ein Roboter John Turan pinkelt. Ja. Deswegen geht es doch schlechter. Gut, Fairpoint. Aber ich weiß, was du meinst und jetzt, wo du es sagst, gebe ich dir auch komplett recht, aber das hat mich irgendwie nicht gestört und ich glaube, es liegt immer daran, weil ich jetzt in den letzten 10, 50 Jahren so darauf konditioniert worden bin. Blockbuster, das muss so sein. Ja, übrigens, das hat, ich freue mich deswegen auf November Dune 2, weil ich habe damals ja den ohne Trailer, ohne alles geguckt und habe dann mir nach dem Trailer angeguckt und dachte, die haben den geschnitten wie in einem Marvel-Film, den Trailer, was soll der Scheiß? Also alles, was so einen Anflug von Humor in Dune hatte und ich kann mich an wirklich nicht viel erinnern, das haben sie in den Trailer gepackt und das wird bei Transformers, bei den Trailern, die ich, ich glaube, ich habe den ersten irgendwie gesehen, kann mich aber nicht mehr erinnern. So, das haben wir gesagt. Habe ich noch was, was ich bemeckern möchte? Family haben wir, ja, Bravo Hits, Best of Hip-Hop der 90er haben wir abgehakt. Dann lass uns doch mal, nachdem wir so einen kleinen, vielleicht nicht so ausführlichen, aber zumindest einen der Form halber Spoiler-Teil machen, mal zu unseren Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen kommen. Dein Fazit, du. Ja, mein Fazit, ich möchte hier den Ralf grüßen, der bei dem ersten Podcast Versuch mit dabei gewesen ist und der ja den Film wirklich sehr mochte und ich glaube, wenn man die Transformers-Filme auch, die Vorgänger mag, dann wird man glaube ich auch hier glücklich werden, denn das kann man ihm geben, technisch ist der Einwand frei, das ist eine Qualität, die jetzt auch gar nicht mehr so regelmäßig im Blockbuster-Kino vorkommt, aber ich für meinen Teil hatte mit dem, obwohl er einige Qualitäten hat, die ich bei Michael Bay vermisst habe, nicht funktioniert und wie gesagt, ich bin halt wirklich in den letzten 15 Minuten eingepennt und es ist nicht so, dass der Film in den letzten 15 Minuten nur Stille bietet. Der dreht halt nochmal ordentlich auf, aber ich fand's größtenteils echt einfach komplett uninteressant und das ist, das Schlimme ist glaube ich daran, Michael Bay's Transformers-Filme würde ich größtenteils als schlechter bezeichnen, aber die haben zumindest auch irgendwas in mir ausgelöst. Dass ich sauer war, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich's echt furchtbar fand, aber der hier ist so, ja, um das ganz fies und böse zu sein, ein Schulterzucken und das ist glaube ich eine doch sehr niederschmetternde Wertung, aber für mich ist dieser Film ein Schulterzucken. Es ist halt auch, weil er so eine Art Soft-Reboot und dann gleichzeitig Legacy-Sequel und Aufbauen auf dem Bumblebee-Spin-Off so irgendwie komplett zwischen den Stühlen geht. Er soll so eine Art Brücke sein zwischen Altem und Neuem und ich finde, dadurch, dass sie sagen, Sicherheit geht hier vor, wir machen einen ganz, ganz sicheren Transformers-Film, geht's halt komplett schief. Den von dir angesprochenen Michael Bay, das ist, man mag zu Michael Bay stehen, wie man will, aber es gibt halt mindestens ein Dutzend von Szenen, die aus der Transformers-Reihe an, die ich mich erinnere und ich erinnere mich bei Transformers Rise of the Beast an genau eine und das ist der angedeutete Needle-Drop. Das mache ich vielleicht im Spoiler-Teil, vielleicht auch nicht, ist auch eigentlich auch wurscht. Ich selber war, obwohl ich die Transformers-Reihe nicht jetzt glänzend finde, aber zumindest mit dem man Spaß haben kann bei einigen Teilen, ich war schon von der Mutlosigkeit und dem Standard relativ enttäuscht. Und ich habe es dann auch verglichen mit so ein bisschen, du gehst irgendwie zu einem Currywurst-Stand und du weißt, das ist Currywurst und du bist satt danach und du weißt, was du kriegst, da ist halt Curry drauf und Wurst. Es schmeckt auch irgendwie. Gehst du in eine Stadt, was macht dich statt platt? Ein Transformer. Currywurst. Ja, aber du sagst halt auch am nächsten Tag nicht, heute nochmal Currywurst, ja lecker, lecker, mach mal wieder. Sondern du sagst halt, nö, heute mal vielleicht ein Salidchen, irgendwas Gesundes und irgendwas Abwechslungsreicheres. So, also, wenn ihr euch trotzdem schon ins Kino verirrt habt, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir uns völlig irren, wenn wir die letzten Vollidioten sind. Wir lesen das und denken uns unseren Teil und antworten auch, wenn wir, wenn wir, wenn wir vernünftig behandelt werden. Wenn es sachliche Kritik ist, das dürft ihr gerne tun. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Spoiler-Teil, deswegen, wer also jetzt den Film noch nicht gesehen hat und der sich gerne komplett überraschen lassen möchte, soll bitte ausmachen und erst weiterhören, wenn er im Kino war. Ich warne nochmal, Spoiler, 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 Spoiler und der Spoiler-Teil war beim letzten Mal relativ lang, das erinnere ich mich noch und ich weiß gar nicht, wie wir angefangen haben. Haben wir angefangen mit dem Riesen-Reveal am Ende? Oder haben wir nur den Reveal gemacht? Kann es sein, dass wir bei, zuerst darüber geredet haben, über diesen Lidl-Drop N.A. Cool-Jay? Ja, ja, muss ich wirklich sagen. Also wirklich coolste Szene, ja, Bumblebee, Bumblebee war das Stichwort, Bumblebee im Stürbungsfilm. Ach ja, genau, Bumblebees Schicksal, genau, das war, das war, ja, ja, genau. Faden wieder aufnehmen. Der Blitz ist wie beim Blitzdings und bei Man in Black und man kriegt so langsam es wieder. Bumblebee hat in einer Szene, wird der halt, also sagt man bei Transformers, also eliminiert, also er wird halt kaputt gemacht und man denkt schon so, hm, dafür, dass der in fünf Filmen und einem eigenen Spin-Off war, war das jetzt irgendwie ein bisschen unterwältigend. Das stimmt irgendwas nicht. Und surprise, surprise, als sie dann im Flugzeug nach Peru sind, liegt dann auch da Bumblebee und dann wird so ein Dialog geführt, so, ey. Ey, das war, das war, sorry, aber das war eines der wenigen Sachen, wo der Film es geschafft hat, dass ich wirklich ein bisschen sauer wurde. Weil da hab ich mir echt gedacht, so, aber wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Wie du schon gesagt hast, Bumblebee, immer der Fanlieblink, schon vor den Filmen von Michael Bay, eigenes Spin-Off bekommen, ist, glaube ich, von den Transformers neben Optimus Prime die Figur, die am meisten auch über den Ladentisch geht, ja. Und dann wird er halt eben umgebracht, auch irgendwie, also es wird so ein bisschen aufgebauscht, aber du merkst, also du hattest schon das Gefühl, so ein bisschen wie bei Infinity War, wo du denkst, ja, sicher, genau, Spider-Man ist für immer tot. Ja, ist klar, ist klar. Ja, ne? Und dann fliegen die nach Peru und sitzen in diesem Flugzeug drin und Optimus Prime ist so geknickt und sitzt so neben der Leiche, Leiche in Anführungszeichen, von Bumblebee und sagt dann so einen Satz so, ja, er ist tot, außer wir könnten es schaffen, diese eine Kraftquelle zu bekommen, und dir ist sofort klar, ja, der kommt, der kommt wieder. Was soll die Scheiße denn? Also das fand ich ganz furchtbar. Ja, ein bisschen wie bei Derek früher, wenn die Fernsehansagerin gesagt hat, na, ob er den Fall heute lösen wird? Ja. Man wusste, ja, klar, das ist ja hier 21.15. ist Schluss. Ja, ganz, ganz wirklich furchtbar, es ist ja nicht mal Foreshadowing, das ist einfach ganz, ganz, ganz furchtbar, unsubtil und natürlich haben wir einen Deus Ex Machina-Moment, denn Bumblebee kann durch diese von mir vergessene Technik, weiß nicht mehr, was er da kriegt, kann er wieder, ich kann wieder gehen, also er kann wieder funktionieren, er ist wieder, er nennt das tanken, E-Fuels ist das Stichwort, da kommt er halt wieder auf die Bildfläche und dann kommt er zu L.A. Cool Jays Mama Said Knock You Out, also das mit Don't Call It A Comeback anfängt und das ist halt einfach erstmal ein guter Track, auch wenn man keinen Hip-Hop mag, ich glaube, den kennt auch fast jeder und das sieht dann auch einigermaßen spektakulär aus, was er da macht, ich glaube, er ballert erst in der Luft rum und dann an Land oder irgendwie sowas. Das ist das, was ich an Action-Momenten erinnere. Das zweite ist, es gibt dann einen Moment, wo Noah, ich hätte fast Anthony gesagt, Noah bekommt so ein Gimmick von Mirage spendiert, so eine Art, ich würde es mal sagen, so ein Transformers für den Handrücken oder für die Handfläche. Er wird halt zu Iron Man. Ja genau, er kann auf Knopfrohr auf einmal Iron Man werden, Surprise, Surprise und das sieht ein bisschen sehr künstlich aus, weiß nicht, wie das dir damit ging, aber war so visuell. Ich muss ja sagen, dass die Verwandlung war so das Letzte, was ich noch aktiv mitbekommen habe. Ja, okay. Die Verwandlung. Genau, weil er dann gemeinsam mit seinen Roboterfreunden die bösen Roboter halt malträtiert. Übrigens, was ich immer total spannend finde, bei jedem Transformers Film, die sind ja alle FSK 12. Aber überleg dir mal, das wären jetzt keine Roboter, das wären Menschen. Was die sich halt gegenseitig antun, mit Blastern und mit Klingen, ist halt wirklich ziemlich heftig, wenn man darauf achtet. Ja, das stimmt. Ein bisschen Sozialkritik schlummert in jedem Transformer, das stimmt. Ja, ja. Und die ist ja hier auch so ein bisschen, also jetzt mal ohne Flachs, so ein bisschen ist das ja wirklich, also ganz, ganz oberflächlich angedeutet mit dem beruflichen Problem, die Noah hat, dass er keinen Job findet und so weiter. Aber das ist halt alles auch nicht so, man könnte es ihm jetzt positiv auslegen und sagen, er badet jetzt nicht darin und macht das so ein bisschen nonchalant. Ich würde eher sagen, interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, sondern er möchte einfach nur so, hier, das ist Noah, der hat keinen Job, überhaupt kein Geld, deswegen muss der was klauen und deswegen haltet mal auf, also es ist auf jeden Fall einer von den Guten. One of the good guys. Ja, wobei, was mich ein bisschen auch gestört hat, ist, wir haben gar nicht erwähnt, es gibt ja, also es gibt ja dieses super böse, wichtigen Planetenfressdings, was ich immer Unicorn nenne, aber es heißt Unicron, wichtig. Ja, genau. Wobei ich meine Variante lustiger finde, das ist ja gesagt. Ich auch. Dieser Fressplanet schickt ja dann diesen bösen Transformers Scratch, Scratch, Scratch. Ja, wir haben im letzten Mal schon irgendwie Scooch oder ich weiß es nicht. Wird von Peter Dinklage gesprochen, kann man nicht erkennen, weil ungefähr fünf Voice-Roboter, die gleichen, die die Drehautoren generiert haben, sind darüber gelegt. Irgendwelche fünf Voice-Filter und man hört fast gar nichts mehr von Peter Dinklage. Der macht halt die Transformers auch alle kalt so ein bisschen. Also der ist immer stärker als die und ich bin jetzt kein Purist, aber gerade wenn er halt gegen Optimus Prime käme, hätte ich mir schon ein bisschen erwünscht, dass da ein bisschen mehr Spannung in dem Kampf ist. Aber es ist ja wirklich, dass dieser Scrooge oder Scorch da relativ schnell Tabula Rasa macht und dann muss halt erst Bumblebee und Noah als Iron Man zurückkommen. Und das weiß ich, das hat mir ein bisschen missfallen, muss ich sagen. Also ich habe auch nicht richtig verstanden, warum ist dieser Scrooge denn so mega stark? Es war halt Transformers wie jetzt auch halt Optimus Prime, aber anscheinend war er einfach besser. Wo ich mir auch denke, gut, wenn er besser ist, dann gibt ihm halt diesen Old Spark 7.0. Ja, er wirkte so ein bisschen wie Dolph Lundgren in Universal Soldier, also der dann immer sich die Ohren abschneidet und als Trophäen um den Hals gemacht, hatte er dann immer die Autobots-Zeichen, hat er dann so mit dem Laser weggemacht und sich so auf die Schulter nicht transformiert, so raufgemacht wieder. Das ist heute richtig gutes Deutsch, raufgemacht. Also wieder so mit dem Laser da befestigt. Wie so eine HSV-Fan-Kutte. Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass der da irgendwie, wolltest du mir gerade den Ball hinspielen, dass wir einen Fußball-Podcast namens Die Lieber Bros haben? Grüße an Malte. Abonniert uns. Wir machen auch bestimmt bald wieder eine Folge. Irgendwann, wenn Fußball wieder ist. Und dementsprechend fand ich, könnte ich mir zusammenreißen, ob er da irgendwie auch so gewisse, also man würde jetzt im Fußball sagen, hat er durch Siege halt Selbstbewusstsein erlangt, vielleicht hat er einfach dadurch unheimliche, unbändige Kraft erlangt. Wer weiß. So wie das Spot oder so. Man weiß es nicht. Also ich finde es ja okay, dass der da ein bisschen, also dass er gewinnend oder stärker ist, aber ich fand es halt ein bisschen arg läpsch, wie der da mit diesem großen Transformers-Chef umgeht. Das ist ja wirklich so, ich behaupte das Prime. Also halt die Fresse, bam, ab die Fresse, schön. War mir ein bisschen arg wenig, aber gut, das ist jetzt auch Nitpicking, würde ich sagen. Aber wir sind schon beim Nitpicking. Zwei Sachen zum Nitpicking. Ne, eine Sache noch, aber das zeigt ja auch tatsächlich, wie in Anführungszeichen schwach der Film ist, weil wir den Bösewicht ja auch wirklich in der Hauptbesprechung mit keinem Wort erwähnt haben. Weil er völlig egal ist. Also es ist halt irgendein random Brüser-Transformer, der kein Decepticon ist. Das habe ich von Ralf gelernt. Grüße an dieser Stelle nochmal an Ralf. Aber das ist halt völlig egal. Also es ist, die Bedrohung ist bei Transformers immer Weltuntergang. Also immer irgendwas mit der Planet wird zerstört oder der Planet wird so umgeformt, dass die Menschen nicht mehr drauf leben können. Genauso ist es hier. Also ihr wisst, was ihr kriegt. Die größte Bedrohung beim Platte 8 ist dann so, wir haben keine Milch mehr. Fuck. Ja, der Tank ist alle und die Tankstellen sind alle weg wegen der scheiß E-Fuels. Ja. Ja. Danke nochmal, Robert. Also nicht die Nilo, sondern Habeck, ne? Ist klar. Ja. So, ich hatte vorhin das Stichwort Marvelisierung genannt und der Film enttäuscht uns nicht, denn er macht nicht nur diesen blöden Gags, sondern er macht am Ende noch in einem, wie ich finde, wahnsinnig langgestreckten Epilog. Ich lasse das Nitpicky jetzt weg, dass da OJ über die Bildfläche läuft und da man WM 94 hat und da nichts sieht, das ist egal. Und auch Show Me The Money, das mit Jerry Maguire, dass der erst 96 erschienen ist. Das lasse ich auch weg. Das schneide mal lieber raus. Ein wahnsinnig langer Epilog, den es du, der Glückliche, erst mal sich nachlesen musste und dann aber im Kino Gott sei Dank verpasst hat, denn es gibt dann eine Szene, da ist dann alles schon geklärt. Also Noah ist der strahlende Held und es ist alles, die Autobots sind siegreich und yeah und juhu. Und dann sieht man Noah bei einem Jobinterview und dann hat er da einen Agent Burke heißt der, glaube ich, oder Mr. Burke, der wird von Michael Kelly gespielt. Den kennt ihr aus House of Cards und aus irgendwas noch. Was hast du mir letztes Mal noch reingerufen? Michael Kelly, oh Gott, House of Cards und ansonsten jetzt hast du mich echt der kalte Wildsch. Dann hat Ralf das reingerufen, dann weiß ich es nicht mehr. Wahrscheinlich war es Ralf, ja. Bei Batman v Superman hat er auch noch mitgespielt oder bei Man of Steel irgendwie, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, der verplabbert sich dann einmal und dann surprise, surprise. Das ist gar nicht ein Jobinterview, sondern die haben so eine Art Initiative, die mit den Autobots auch kooperiert und da eine große Regierungsgeheimorganisation ist und ich bin ehrlich, ich dachte am Ende, jetzt sagen sie, wir sind von Sektor 7, die von dem John Turturro unter anderem in Teil 1 noch Mitglied war, aber nein, er knallt nur eine Karte hin und Trommelwirbel. Es ist eine Karte von G.I. Joe. Achso, ich sagte telestablich. Nee, die drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Peter Shaw, Recherche und Archiv Bob Andrews. Ich sehe ja wohl nicht recht. Nein, es ist wirklich eine Karte von G.I. Joe. Das heißt, wir erleben vermutlich, ganz wahrscheinlich, vielleicht, also wenn die Kasse stimmt, ein Crossover zwischen den Transformers und G.I. Joe. Wie findest du das? Pass auf, ich finde, das passt gut. Also, ich sage nicht, dass das toll wird, ich sage nicht, dass ich das verlangt habe, ich glaube nicht, dass das irgendjemand gebraucht hat, aber ich finde, das passt richtig gut. Also, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, zuerst so die typische Beißreflexe, boah, Gott, schon wieder so ein scheiß Glossau. Boah, was soll das? Aber, es passt. Der Minus mal Minus ergibt vielleicht auch einfach Plus. Ja, also, ich mag den ersten G.I. Joe-Film. Den mag ich wirklich. Der ist objektiv gesehen, wobei objektiv ist jetzt auch so, aber ich mag den einfach. Danach, die Nachfolger fand ich alle echt nicht so geil. Aber, ähm, ja, also, warum nicht? Ich, wie gesagt, ich, mir fallen tatsächlich auch jetzt mehr negative Aspekte ein, als positive. Aber, so, mein erstes Empfinden war so, ja, warum nicht? Passt. Ja, ich glaube, ich, also, so lächerlich ich fand, dass dieses, wir machen jetzt ein großes, umspannendes Universum aus den Transformers, weil, das hatte ich doch schon in fünf Teilen und im Spin-Off, das reicht ihm ja nicht an Zeit, äh, machen wir jetzt auf jeden Fall, wir machen weiter. Es kann dann bei Paramount Plus mit einer Serie weitergehen, falls der Kassenerfolg doch ausbleiben oder geringer ausfallen sollte. Es gibt auf jeden Fall irgendwie neuen Transformers-G.I. Joe-Content, bei dem man Spielfiguren von Hasbro erstellen und produzieren kann und verkaufen kann, damit die lieben Kleinen zu Hause auch was zum Daddeln haben. Neben der Konsole und dem Computer und irgendwelchen Gewaltvideos bei TikTok und so. Ist doch, ist doch schön. Für uns als Eltern. Also, ich glaube, also jetzt, wo wir das hier besprechen, hat Transformers, glaube ich, weltweit schon über 110, 120 Millionen eingenommen. Es ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Ja, ich habe nochmal extra nach. Es sind immer noch 80 weltweit. Immer noch 80? Okay. also ich habe zumindest bei, jetzt dürfen wir Werbung machen für Box Office Mojo, also es ist natürlich die Wissensquelle für Einspielergebnisse. Wobei, da steht er noch bei 80. Ich finde ja den Numbers besser. Dann probieren wir nochmal das aus. Das machen wir jetzt live on tape. Aber wie gesagt, kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mich da verguckt habe. Ich war auch nicht bei den Numbers. Aber er läuft ja noch. Und ich weiß gerade nicht, wie viel er braucht, um den Break-Even zu schaffen und wie viel Paramount sagt, brauchen sie oder wollen sie haben, um jetzt wirklich G.I. Joe und Transformers zu machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so oder so kommt, selbst dann, wenn der Film nicht der Mega-Hit wird. Weil letztlich geht es auch vor allem ums Merchandise. Und ich glaube, das wird ordentlich reinhauen. Und ich glaube auch, dass Hasbro gerne so den Film hätte. Weil dann kann man halt dann wieder so eine Toy-Kollektion, nenne ich es mal, rausbringen. Und vor allem, es muss ja nicht zwingend als Film sein. Nee, genau. Es kann ja auch eine Serie sein für Paramount+. Es kann ja aber auch Animationsding sein oder ein Comic. Ich bin mir sehr sicher, G.I. Joe Transformers wird definitiv kommen. Ob es jetzt wirklich als Kinofilm ist, das werden die nächsten, ich würde sagen, drei, vier Wochen entscheiden. Ja, bevor ich wieder einen nachträglichen Disclaimer machen muss, du hast recht, bei The Numbers steht er weltweit bei 176 Millionen. Das ist schon okay, finde ich, nach Valistenz Kino gekommen, am 8. bei uns, am 9. in den Staaten. Das sind schon gute Numbers, muss man sagen. Und er hat starke Konkurrenz. Ich meine, in France der Spider-Verse ist jetzt schon nach zwei Wochen der erfolgreichste Animationsfilm vom Hause Sony. Mario ist immer noch sehr stark vertritten. Ah, sie Mario, genau. Sie Mario, ne? Hier Flash kommt bald raus. Also von daher finde ich, ist das ein gutes Ergebnis. Dafür, dass Bumblebee halt und vor allem schon der Last Knight halt sehr untergegangen sind. Das ist untergegangen, also underperformed, wie man in unserer modernen... Schon eher Box-Office-Enttäuschung. Genau. Ist das ordentlich? Also ich hätte nicht gedacht, dass der so erfolgreich ist, der Aufstieg der Bestie. Nee, und es sei ihm auch, also auch wenn wir jetzt beide nicht die größten Ultras dieses Films sind und auch nicht werden werden, sagt man das so? Egal. Der kommt ohne große Namen daher. Also das war nun bei Transformers 1 ja nur in den Nebenrollen relativ bekannte Gesichter, aber die hatten ja auch keinen großen Star und hatten da ein ordentliches Einspiel. Und das Gleiche scheint zumindest in der ersten Woche Rise of the Beast zu gelingen. Und jetzt mal inhaltlich gedacht, vielleicht führt ja tatsächlich das in eine neue oder vielleicht eröffnet es ein neues Spektrum an Storytelling-Möglichkeiten zusammen mit G.I. Joe. Das kann ja kann ja entweder, wenn man sich das ganz ernst vornimmt, kann das ganz vernünftig werden oder wenn man halt voll auf die Nuss 12 geht und sagt, jetzt ist alles egal und wir erzählen auch allen Darstellern, dass sie in diesem Film auch so sind, nicht so wie bei Fast 10, wo das alle wissen, außer Vin Diesel, dann kann das schon was Cooles werden. Also ich bin da an Bord. Ja, also ich erwarte da auch jetzt nichts, also wenn jetzt der G.I. Joe-Transformers-Film jetzt in, sagen wir mal, drei, vier Jahren rauskommen sollte, werde ich mir den angucken und ich werde aber nicht erwarten, dass es ein Film ist, wo ich erwarte, dass der mir gefallen wird. Glaube ich nicht. Weil dafür sind die Transformers im Kino und ich, das passt nicht so und G.I. Joe, wie ich schon sagte, in den ersten mag ich danach die Filme gar nicht, aber es sind so zwei Welten, wo ich sage, das passt irgendwie so gut zusammen. Ja. Irgendwie, weiß nicht, das ist so, das schmiegt sich so an. Es ist nicht so wie bei, weiß ich so, was hatten sie mal vor, 22 Drum Street und Man in Black oder so. Das ist so, weiß nicht. Ja, oder so Sachen, wo du sagst, das Spiel, das und das im selben Universum und du denkst, nein, also bitte keine, bitte liebe Fans, keine Fan-Theorien mehr. Wollen wir nicht. Ja. So, jetzt haben wir uns aber richtig schön lecker gemacht auf Transformers Joe oder wie bei denen dann, wie heißt denn der Film dann? G.I. Bumblebee oder heißt der Transformers Joe? Das müssen wir noch festlegen. Das macht dieser Writer's Loop. so ein bisschen wie, ja, Trans-Joe klickt ein bisschen wie so ein Transgender-Draume. Ja. Das können sie laut nicht machen. Hauptrolle, Hauptrolle Jared Leto. Transformers versus G.I. Joe Storm of Justice. Okay. Also, ich bin an Bord. Ich hab jetzt schon die Tickets vorbestellt. So, bevor wir endgültig abschweifen und wir in Gefilde wandern, die einen Transformer noch nie gesehen hat, danke ich dir erstmals, dass du dir erneut die Zeit genommen hast, dieses von dir doch gar nicht so wohlgeschätzte Franchise noch einmal zumindest im siebten Anlauf, jetzt hab ich extra nicht siebter Teil gesagt, noch mal ein bisschen zu besprechen. Herzlichen Dank für die Zeit. Wenn euch diese Besprechung oder andere Besprechung des Telestandes, wir haben jetzt auch vor kurzem die Besprechung zum DC Highlight The Flash rausgehauen, hört sie gerne, gebt uns Feedback, liked uns und vor allen Dingen bewertet uns doch gerne, wenn ihr möchtet und das auch von der Maustechnik her, also wenn ihr wisst, ihr klickt da drauf und drückt 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts, weil wir das, wie wir beide finden, warum sollte man das tun? Weil wir es verdient haben und wenn ihr es nicht tut, werden wir euch finden. I will find you and I will kill you. I have particular self-skills. Haben wir noch was vergessen? Du malst keine Comics, das muss ich nicht erzählen. Also tatsächlich ist, ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass wir zwei, eine wenige Leute sind, die wirklich mit Comics so gar nichts anfangen können oder zu tun haben. Ich kann Strichmännchen. Ich kann auch nicht mal. Aber laut einer nicht genannten Dame kann ich das verdammt gut. Oh, okay. Dann, wer weiß, dann hoffe ich mal, dass das Timo-Comic dann eines Tages kommt. Ja, ich bin Striche-Dotman. Nicht Polka-Dotman aus The Suicide Squad, sondern Striche-Dotman. Haben wir noch was vergessen? Abonniert uns den Tele-Stammtisch. Schaut mal auf unsere Homepage www.tele-stammtisch.de Da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt mache ich einen Deckel drauf, sage, Stu, transformier dich bitte in einen normalen Redakteur, der tolle Arthouse-Filme guckt und alles toll findet, was Klaus Kinski und Orson Welles drin hat. Ja, ich freue mich sehr. Nächste Woche gucke ich mir Past Lives an. Bis dahin, alles Gute und habt euch lieb. Auch beruflich. Das war jetzt falsch. Egal, es ist spät. Habibi. Tschö mit Ö. Tschüssi. Tschüssi Kowski. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi und bis zum nächsten Mal. Applaus und bis zum nächsten Mal.